Vergrößern, verkleinern Mesu Özil auf Arsenal dank nach ICC-Spiel gegen Atletico den Arsenal-Fans Urheberrecht gett die Images Mesu Özil freut sich über die Liebe, die ihm die Arsenal-Fans am Rande des ICC-Spiels gegen Atletico Madrid schenken. Zum Einsatz in der Partie kommt er nicht. Der aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetretene Mesu Özil hat sich bei den Fans des FC Arsenal für ihre Unterstützung bedankt. Danke an die Gunas in Singapur, die mir heute Abend so viel Liebe geschenkt haben, twitterte Özil nach dem Spiel gegen Europa League-Sieger Atletico Madrid 2 zu 4 n. e. Im Rahmen des International Champions Cup, twitter.com-mesut-osil1088-status-1022531737174323201 Özil stand wegen Trainingsrückstands allerdings nicht im Kader, nach dem Spiel schrieb er dennoch fleißig Autogramme. Am vergangenen Sonntag ist Özil aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. In seiner dreiteiligen Erklärung erhob er dabei Rassismusvorwürfe gegen den DFB und Präsident Reinhard Grindel. Der DFB und Grindel wiesen diese Vorwürfe vehement zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017